Wir sind hier am Roche d'Étilière, das ist einer der Fixpunkte, da drüben ist Roche Es sind 650 Meter dazwischen, wir wollen es auf Nylon aufbauen, neuer Weltrekord, dafür nehmen wir eine Drohne, an der Drohne ist eine kleine Angelschnur befestigt, 0,2 Millimeter, das heißt, dass wir ungefähr 3 Kilometer Schnur vom Seil hin und her ziehen werden Rauch ein Stück und dann rüber Weiter, 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 weiter Hier kommt genau auf mich zu, zu bleiben und mehr Schnur, 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 Schnur Getrennt, ich habe die Verbindung, steigen, steigen, steigen